So Leute, da geht's jetzt weiter hier mit dieser scheiß Stage hier und wir versuchen ja immer noch den Buchstaben N zu holen und immer noch den Buchstaben G noch zu holen und dann natürlich noch das ganze Level noch zu schaffen. Mal gucken wie lange das dauert bis ich das Ende geschafft habe. Und jetzt, oh man, eh schon wieder hat das nicht gemacht, man! Ich könnte es eigentlich dieses Level auch schon beenden, aber das möchte ich nicht, weil ich ja das gleich durchspielen möchte und nie wieder diese scheiß Stage rein möchte. Zack, greide so, zack und dann so und dann lalalala, dann bleibt das mal unten. So, nochmal. Und jetzt, yeah, haben wir es doch. Nach vielen Malen haben wir es endlich geholt. Zack und jetzt so und jetzt so und so und so und so. Das haben wir jetzt nur noch ducken und jetzt macht er das hier kaputt und zack rüber und zack so rüber und jetzt aufpassen. Also, ich hab's. Ich hab's. Juppala! Und juppali! Und juppai da! Und wir haben es geschafft! Und hier ist noch was. Ein Bonus! Ein Bonusraum! Ja, den finde ich so toll. Oh, der sieht auch ganz anders aus jetzt. So, warte mal, aufpassen. Ich hab jetzt keinen Didi gerade mit. Deswegen, ich dachte gerade, ich kann jetzt hier nämlich nochmal irgendwie springen oder sowas. Oder geht ja jetzt so kurz schweben, aber das geht ja nicht. Ich hab's. Ich hab's. Schaffig doch. Oh, Gott. Ich dachte, das kommt schon. Nein, äh, nein. Wachst du mal? Nein, nur knapp und ihr schafft. Die Lied, 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 die Lied. Und haben wir alle, was sie... Nein, wie viel Deins. Schon wieder ein. Oh, 15. 15 Münzen. Yes! Ein Puzzle, der fehlt mir. Aber wo war das denn schon wieder? Egal. Weiter. Im nächsten... Zum nächsten Level. Mal gucken, was jetzt auf mich wartet. Ach, das mit den Maulwürfen. Ja, stimmt ja. Da war irgendwas mit den Maulwürfen hier, oder? Ja, hier. Maulwurf-Patrouille. Oh, nee. Und wieder eine Lohrenwelte. Ich hasse das. Ich hasse Lohrenwelten. Hab ich das schon gesagt? Ja, das hat ja ungefähr drei Parts oder sowas schon. Oh, da ist ein Bonus. Da ist ein Bonus. Da ist Bonus. Yeah, Bonusraum. Du, 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 du. Ach, das schon wieder. Du, 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 du. Ah, das hatten wir schon mal. Oh, meinet zu früh gesprungen, dass ich da nicht mal runter aufkomme. Das wir auch noch haben. Das wir auch noch haben. Mach doch mal hin. Oh, angekommen. Und so. Und so. Und so. Und so. Und das letzte. Zack, geschafft. Und wir haben das nächste Puzzleteil. Puzzleteil. Dele, de, 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 de. Le, 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 le. Bin mal gespannt, was man bekommt, wenn man alle Puzzle hat. Oh nein. Oh nö. Nicht so'n Scheiß. Und da sind die ganzen Maulwürfe. Na super. Oh ja, ja. Das war knapp. Da ist das Ka. Da ist das Ka. Das von Kong. Oh, ey, Leben. Mal ne seltene Sache. Naja. Lass mich in Ruhe, ihr Scheiß Maulwürfe. Ihr könnt mich mal. Ah, na klar. Es kommt mir so'n Scheiß Zug noch hier. So. Nein, verdammt. Der wär bestimmt wieder ein Puzzleteil drin gewesen. Ja, ja. Macht doch mal kaputt, ey. Wann mal. Oh, cool. Nein! Scheiße. Ich freu' mich noch voll. Ey, ja, cool. Ich hab nen Kappen, äh, Dings von dem kaputt gemacht. Und der macht mich kaputt. Fieße Sache. Was hier drin? Hier war ja nüscht. Ich denke mal so, dass man, wenn man alle Bananen kriegt, dass man irgendwie was bekommt oder so. Ja, oder vom Pool irgendwie. Und ... Ja, das hat man schon. Und wie ein Leben. Das nehmen kriegen wir irgendwie jedes Mal. Heut. Vielleicht, wenn man doch irgendwie die ... äh, die Luftballons von dem Platz macht, bekommt man vielleicht irgendwas. Warte mal, vielleicht ... Ne. Äh, hat man nur von nur Bananen. Aber vielleicht sind die ja da auch irgendwie ein paar ähm ... ähm ... ähm ... Na scheiße, das ist bestimmt ein Puzzleteil drin oder so. Und das ... Oh, wir sind's auch jetzt schon. Oh, ja. Ja, Puzzleteil. Puzzleteil. Ne, da nicht. Schade. So. Nein! Verdammt. Aufpassen. Und ... Yeah. Ne, wieder nur stuck. Und das n. Und der Grabstrebs hier voll durch, hier durch die ganze Ding hier. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gut, 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 läuft gut. So. Ja, 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 ja. Und super durch. Und wie gesagt. Oh. Kaput! Und dann ... die ein bisschen so gut ich bin nur so gut durchgekommen wir waren schon fast am Ziel scheiße ich kann das hat man schon vielleicht hat er noch einer von denen muss verdammt verkackt auch mann ich will nicht schon wieder als dieser blöde Supercom wieder kommt aber ich werde den auch nicht zeigen ne? ja, gut, Leckhardt was er hat? knappe Kiste und der muss da noch der hat auch keins ne yeah, sag ich doch wenn man die alle besiegt wie man einen Puzzleteil hahaha, wusste ich's doch irgendwas hat's mal mit denen zu tun oder so was und jetzt kommen wir wieder zu der Scheiße hier da, 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 da ne, 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 und oh, ja, gut und wir sind durch und da ist ein Puzzleteil yeah, ich hab alles und nochmal 14, na egal 14 Münzen, sehr schön level geschafft und komm und Puzzleteile zup 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 ste du biiiing doch, ma, Bildergalerie aktualisiert eh, ich glaube das wenn man das bei jedem jeden jeden dings bekommt also bei jedem wenn man im Moment, kurz fassen wenn man bei jedem ach wenn man bei jedem level Die Puzzleteile kriegt. Da muss doch eigentlich die Bildergalerie zum Schluss richtig groß sein. Und dann hat man, glaube ich, diese 100... noch was Prozent, glaube ich. Oder so was. Mal gucken, müssen wir auch gucken. Oh. Okay. Was ist das jetzt für eine Welt? Huh. Und hier ist ein Bonus. Doch nicht. Scheiße. Sah so aus. Egal. Delete. Delete. Super. Und schon wieder irgendeine Lorenwelt. Ah, nee! Eeeh, ich weiß, was das ist. Oh, nö. Die Welt ist scheiße. Ah, was ist da drin? Nö, da ist nüch. Da ist hier was drin. Oh, ja, da ist was drin. Cool. Ey, ihr scheiß Leermäuse. Aufstehen! Hm, davon stehen sie irgendwie nicht auf. Ah, ja, auch schon. Aber davon werden sie irgendwie wach. Äh, oh Gott, guck mal. Habt ihr gesehen, wie der geguckt hat? Boah, guck doch mal die unten, die Clay an. Boah, ey. Wie, 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 wie geguckt, Alter? Da vorne so voll, so schwarze Augen. Da die hier. Ey, krass, wie die gucken. Voll schwarze Augen und so. Ey, krass. Ja, die kann ich ja leider nicht killen oder sowas, glaub ich. Der muss ich nur ausreichen. Aber hier... Gibt bestimmt wieder ein... Na, als geht's nicht mehr. Ah, nee, ist nur ein Zustabe. Ja. Ja, schön. Ja. Das ist toll. Puzzleteil. Nummer eins. Und das oben. Und saven. Jetzt schon? Das ging ja schnell. Der geht nach oben. Und der geht nach oben. Und der lässt mich die... Okay, gut, ausweichen. Ausweichen. Ja, Mitte. Und der geht nach oben. Na, oben. Egal. Und der geht nach oben. Und zack. Jo. Ja, ja, klar. Und Puzzleteil Nummer zwei. Scheiße, zu doll. Scheiße. Na, egal. Nochmal. Juhu. No, da war ein bisschen zu doll. Es ging zu, aber... Na ja, schon. Juhu. Du, 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 du. Und lass mich du. Und du gehst noch oben. Ihr wollt da hin. Und du willst noch unten. Und du gehst da hin. Und jetzt leck mich am Arsch. Und du wieder. Und du von oben. Und du von oben. Nein, ich hab sie bekommen. Scheiße. Äh, ich will das haben. Ich will das haben. Ich will das haben. Ich brauch das doch so dringend. So. Los geht's nochmal, bitte. Juhu. 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 Ich hab kein Bock auf den. Ja, super. So ließ es gut. So ließ es besser. Und so ist wunderbar. So, jetzt geht die Leute hier. Jetzt gehst du nach unten. Du kannst mich überraschnecken. Und du gehst nach unten. Und ich mach's so. Ey, so kriegt... ...den Puzzleteil kriege ich irgendwie jedes Mal. Aber nicht dieses komische Ende. Ja, ich hab's doch nur gestreift. Mano. Wieder so ne scheiß N. Irgendwie da so ne scheiß Position findet N, ey. Sonst alle anderen sind richtig gut so. Und sonst ist irgendwie nur scheiße. So. Lass mich da vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Eieieiei. So. Der ist runter. Dazu. Jetzt kommen wir nicht durch. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Das will ich nicht. Lass mich nicht. Wollte das nicht haben. Ja, geschafft! Ja, super. Super, toll, danke, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich nur Ruhe. Und safe, find. Yay, das Ende ist gesichert. Und zack, hab ich auch schon. Hö, doch, komm, geh weg. Ah! Scheiße! Okay, nochmal. Juhu! Weil ich muss ja nur gucken, wo das G ist. Oh, je, je, je. Knapp. So, nochmal, der Arsch hier. Nein! Scheiße! Mann! Mann! Ich glaub, die Stage hasse ich jetzt schon hier. Aber deswegen will ich sie auch nie wieder machen. Ach nee, ich muss dann die Putzeteile sammeln. Äh, super. Geh weg. Ja. Donkey Kong, du musst dich richtig halten. Das, ja, scheiße, dieses Mistvieh. Ey, Super Kong, ey. Ich setz, ich zeig den nicht. Nee, willig nicht. Ganz weg, mal unten. Weil da das Putzeteil ist. Yeah, ich hab das Putzeteil. Nein! Buh! Ey, das gibt's doch nicht! Boah! Ey, ich bin doch richtig geflogen. Gibt's doch nicht. Ey, das gibt doch nicht. Scheiße. Du schon wieder. So hoch. Ganz hoch. Ja, nein. Nein, nein. Mann, wieder zu doll. Scheiße. Äh. Ja, ja, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß-Super-Kong. Oh, nee, ey. Das gibt's doch nicht. Ich hasse diese Stage. So hoch. 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 Und da. Hoch. Nein, das ist G! Mann! Scheiße. Da war das G! Mann, nochmal. Los. Jetzt holen wir uns das G. Wann muss ich denn hoch, eigentlich? Warte mal, ich muss mal gucken. Hoch. Hoch. Runter. Hoch. Äh. Ein Stückchen höher muss ich auch schon kommen. Och, kacke. Ja, dann ist ja das Bescheuerte, wenn ich das G habe, dann muss ich noch die ganze Stage noch durchkommen. Ist ja auch noch so eine Sache. Ach, du Scheibengeister. Na. Warum bleib ich hier nicht unten? Ach, Mann. Hier werd ich mein ganzes Leben verlieren. Meine ganzes 66. Ey, ich hatte über 90 schon. Ja, trotzdem bin ich so aufgestorben schon. Oh, du Arsch. so nein was macht er denn auch nie und noch mal jetzt kommen fünf parts nur mit der scheiß hier wir suchen das g die versuchen das geht zu bekommen sehen sie jetzt im paar 30 das g wird geholt das gibt's doch nicht das gibt's einfach nicht es kann nicht so schwer sein so ein scheiß buchstaben zu bekommen ja war ja logisch man er machte gleich auf screen hier er ist ja der spaß weg so ist noch mal jetzt hier so los geht's lecumio feto am arsch wo also da leute bis zum nächsten fahrt tschüss wenn es war chaffis tschüss